Aber es gibt natürlich ein Talent, was der Felix trotzdem beherrscht. Er kann natürlich nicht nur singen, sondern auch vorzüglich die Gitarre benutzen. Um ihm einen kleinen Einblick in seine Welt zu geben, spielt er jetzt ein kurzes Solo. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Felix? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020